Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Dienstag, der 12. Jänner 2021 und wir befinden uns in Österreich in der dritten Woche des dritten harten Lockdowns wegen des Coronavirus. Die Wiener Philharmoniker mussten aus diesem Grund heuer zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte das Neujahrskonzert ohne Publikum im Saal spielen. Da fällt es auch uns leicht, den kommenden Vortrag ohne Publikum im Saal zu spielen, um ihnen wertvolles, existenzielles, essentielles Wissen fürs Leben zugänglich zu machen. Ein solches Wissen ist vergleichbar mit einem Leuchtturm. Es hilft, sich zu orientieren in der dunklen Nacht und in den Stürmen des Lebens. Es hilft, einen Weg zu finden, wenn man im Nebel gehen muss und die Gefahr besteht, sich zu verehren. Leuchtturmwissen lässt auch und gerade in Zeiten der Bedrängnis hoffen, einen Sinn erahnen, es tröstet und ermutigt, es macht nachdenklich und weist einen Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dieses Wissen kommt heute von einem Referenten, der zu den Leuchttürmen unserer Reihe Wissen fürs Leben zählt, Professor Wilhelm Schmid. Die Videos seiner Vorträge auf unserem YouTube-Kanal wurden bisher schon über 260.000 Mal aufgerufen. Wilhelm Schmid lebt als freier Philosoph in Berlin, er hält Vorträge und Vorlesungen in der halben Welt, also nicht nur in Deutschland, der Schweiz und Österreich, sondern auch in Lettland, in Georgien, in Indien, in China, in Südkorea. Seine Bücher schaffen es regelmäßig auf die Spiegel-Bestsellerliste. Das Buch Gelassenheit etwa stand 145 Wochen, also fast drei Jahre lang auf der Spiegel-Bestsellerliste, davon 18 Wochen lang auf Platz 1. Doch es gibt ein Buch von Wilhelm Schmid, das für mich ganz wichtig ist, obwohl es nie auf einer Bestsellerliste gestanden ist, nämlich dieses, das Leben, Verstehen von den Erfahrungen eines philosophischen Seelsorgers. Es ist 2015 erschienen, liegt auch als Taschenbuch vor in der Zwischenzeit. Es war mein Wunsch seit langem, dieses Buch etwas bekannter zu machen. Wilhelm Schmid berichtet darin von seiner Arbeit als Philosoph in einem Krankenhaus. Warum und wie er das gemacht hat, das wird er selbst erzählen. An einer Stelle des Buches heißt es, kannst du dich darum kümmern? Wir sind im Moment überlastet. Das ist eine unvermeidliche Erfahrung im Krankenhaus, schreibt Wilhelm Schmid. Wer hier ist, wird in den Betrieb hineingezogen, manchmal geradezu von ihm aufgesogen. Es gibt kaum eine Möglichkeit, diesem Sog zu entkommen. Der Bedarf an Helfern ist stets groß, sogar ein Philosoph ist jederzeit brauchbar. Ein sympathisches Understatement, denn ein Philosoph, wenn er wirklich einer ist, hat einen Weitblick, den es ja gerade in Zeiten von Krankheit und Lebenskrisen braucht, wenn das gewohnte, das gesicherte Leben zerbrochen ist. Ein Philosoph lässt sich nicht blenden von kurzlebigen Trends, die ebenso rasch wechseln wie die Mode. Er lässt sich auch nicht verführen, Ratschläge zu geben, die seit Jahren in den inflationären Ratgeberbüchern Hochkonjunktur haben und oft mehr Schläge als Rat sind. Denn seit Sokrates ist klar, philosophische Gespräche müssen nicht zielführend sein. Sie können sich im Kreis bewegen, im Schweigen pausieren, in Ratlosigkeit münden, schreibt Wilhelm Schmid. Was das Buch für mich so überaus sympathisch und lehrreich macht, ist auch Folgendes. Wilhelm Schmid ist sich bei seiner Arbeit im Krankenhaus bewusst, dass er an seine Grenzen stößt. Er gibt unumwunden zu, dass ihm die Aufnahme immer neuer Informationen, die er nicht so rasch verarbeiten kann, wie sie ankommen, Mühe bereitet. Dass er immer wieder eine große Verunsicherung, eine Beklemmung, einen Kloß im Hals, ein inneres Weinen spürt, dass er Angst hat, unter dem Ansturm der Anforderungen zusammenzubrechen. Deshalb sind die Gespräche, die im Buch teils in Dialogform wie in einer poetischen Erzählung geschildert werden, behutsam, vorsichtig, demütig, bescheiden, alles andere als besserwisserisch, stets relativierend und warnend gegenüber der anmaßenden Überheblichkeit von Gurus oder Dogmatikern, die sagen, ich habe die Wahrheit für dich und ich weiß, was für dich richtig ist. Und was mir auch gefällt, Wilhelm Schmid hat nicht den Ehrgeiz, jemandem, dem es schlecht geht, etwas Positives einzureden. Doch jetzt genug der Worte von meiner Seite. Wilhelm Schmid kann am besten von seinen Erfahrungen als philosophischer Seelsorger berichten. Lieber Herr Schmid, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, dass Sie angereist sind, dass Sie gut angekommen sind. Herzlich Willkommen. Danke. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist ein Vortrag in ungewohntem Ambiente. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Antworten. Und das könnte eine gute Gelegenheit sein, sich die Frage zu stellen, kann man das Leben verstehen, gerade dann, wenn das Leben schwierig wird. Ist das möglich? Einige Erfahrungen dazu habe ich im Verlauf einer Tätigkeit gesammelt, von der Herr Kürt schon berichtet hat. Ich habe über zehn Jahre hinweg nebenher als Nebentätigkeit, als gelegentliche Nebentätigkeit in einem Krankenhaus gearbeitet. Das ist live. Das ist Leben. Ungewöhnliche Dinge geschehen im Leben. Und so war es auch, als ich einen Anruf bekommen habe von einem Krankenhaus in der Schweiz, Spital Erfoltern am Albis, in der Nähe von Zürich, und gefragt wurde, könnten Sie mal zu uns kommen und einen Vortrag halten. Sie haben da ein Essay geschrieben, in einer Zeitung publiziert, vom Sinn der Schmerzen. Wir sind Ärzte. Wir glauben zu wissen, dass Schmerzen keinen Sinn haben. Sie sind Philosoph, Sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Also sagen Sie uns mal, was Sie damit gemeint haben. Sie kriegen auch ein Nachtessen. Das sind Aussichten. Für ein Nachtessen halte ich sehr gerne einen Vortrag. Also, ich habe geschildert, was ich mir gedacht habe. Fahrlässig, wie häufig. Schmerzen. Wir können auf jeden Fall konstatieren, wir leben in einer Zeit, die enorm viele und auch wirkungsvolle Schmerzmittel hat. Auch Schmerztherapien, auch Operationen. Und trotzdem gibt es auch in unseren modernen Ländern nicht einen einzigen Menschen, der nicht wüsste, was Schmerzen sind. Also, Schmerzen sind nicht besiegt und vermutlich werden sie auch nie besiegt werden. Wenn ein Phänomen so hartnäckigen Widerstand leistet, sage ich mir, muss irgendwas dahinter stecken. Und beobachte mich selber. Auch ein Philosoph kann Schmerzen haben. Ganz banale, zum Beispiel Zahnschmerzen. Und noch dazu bin ich ein männlicher Philosoph. Das heißt, auch bei Zahnschmerzen kann ganz leicht schon die Welt zusammenbrechen. Und ich kann mir Fragen stellen. Nicht, weil ich es will, sondern weil diese Fragen sich in mich hineinbohren. Ist das schon ein Vorbote vom Ende? Wenn ja, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hattest du noch vor? Bleibt dir noch genügend Zeit? Könnte das der Sinn der Schmerzen sein? Dass wir uns Fragen stellen? Vielleicht werden sie sagen, ich kann mir auch ohne Schmerzen Fragen stellen. Ja, aber das machen wir alle nicht. Schmerzen hingegen sind so manifest, dass sie uns nicht mehr, dass sie keine Ruhe mehr geben, bis der Schmerz beim Zahnschmerz ist, dass er nicht allzu schwer eben doch wieder Ruhe gibt, wenn der Zahn gut behandelt wird. Also das habe ich vorgetragen. Und die Ärzte sagten, interessanter Gedanke. Und machten mir beim Nachtessen den Vorschlag, kommen Sie doch zu uns ins Krankenhaus und praktizieren Sie Ihre Art von Philosophie. Das fand ich gewagt. Was soll ein Philosoph am Krankenhaus? Im Krankenhaus geht es um mehr als Zahnschmerzen. Da geht es um Leben und Tod nicht sehr selten. Und auf jeden Fall um ernstere Krankheiten. Was kann da ein Philosoph ausrichten? Aber es war interessant, ein Experiment zu wagen, wo kann die Philosophie scheitern. Denn davon war ich überzeugt. Ich gehe da hin, aber im Wesentlichen dazu, um mir zeigen zu lassen, das kann Philosophie nicht, aber ich werde mich damit zufrieden geben, kein Mensch kann alles und Philosophie kann eben auch nicht alles, dann war es das eben. Das Merkwürdige war, vom ersten Tag an, als ich da war, stürmten Menschen auf dieses Angebot los. Patienten, klar, aber auch Pflegende, Ärzte und Ärztinnen hatten Bedarf nach philosophischen Gesprächen. Na gut, im ersten Jahr dachte ich mir, das ist jetzt ein Spektakel gewesen. Philosoph im Krankenhaus kommt nicht so häufig vor, mittlerweile häufiger, liegt schon eine Weile zurück. Das machen nun Gott sei Dank auch andere. Aber wenn ich im zweiten Jahr wiederkomme, dann ist das Spektakel weg, dann ist Alltag, Normalität, dann wird das anders aussehen. Aber es blieb so, auch im dritten Jahr. Und dann fragte ich mich, warum brauchen die Menschen offenkundig Philosophie? Ich hatte keine Idee, also habe ich die Menschen gefragt, was bringt ihnen das, wenn sie mit einem Philosophen Gespräche führen? Und ich hörte ein ums andere Mal die Antwort, sie bringen uns geistige Nahrung. Geistige Nahrung? Klar, wir brauchen physische Nahrung. Ich war mir sogar schon im Klaren, wir brauchen seelische Nahrung, wir ernähren uns auch von Gefühlen. Aber geistige Nahrung, wovon ernähren wir uns da? Geistige Nahrung ist offenbar die Ernährung mit Gedanken. Und darum ging es in den Gesprächen, ein Austausch von Gedanken. Nicht etwa, dass aus mir eine Flut von Gedanken hervorkam, wie vielleicht jetzt im Vortrag, sondern im Gespräch ist es ein wechselseitiges Sprechen. Ich höre die Gedanken, die ein Mensch hat und ich gebe diesem Menschen, was ich mir dazu denke. Und offenbar hat das dazu geführt, dass Menschen schon nach einer Stunde, etliche Gespräche kamen dann wiederholte Male vor, aber schon nach einer Stunde hatte ich den Eindruck, das hat diesen Menschen jetzt weitergeholfen. Ohne dass ich ihnen gesagt habe, was sie zu tun oder lassen hätten. Und das weiß ich mit knapper Not für mich selber, könnte ich das anderen Menschen sagen, die ich noch kaum kenne. Was geschieht hier? Gab es sowas schon mal in der Philosophie? Da fiel mir ein Ja, Sokrates. Sokrates hat Gespräche geführt, nicht im Krankenhaus, auf dem Marktplatz, Gespräche über alle möglichen Fragen, die an ihn herangetragen wurden, die er selber auch hatte. Und Sokrates nannte diese Gespräche Seelsorge, im griechischen Epimileia Thes Psyches. Sie alle kennen die Seelsorge, aber sie bringen die nicht mit Philosophie in Verbindung. Tatsächlich ist aber Sokrates der Erfinder der Seelsorge, 400 Jahre und mehr vor dem Christentum. Und diese Seelsorge bestand darin, mit Menschen Fragen zu erörtern, Gedanken auszutauschen. Damit im Laufe des Gesprächs ein Rat entsteht, was zu tun und zu lassen ist, mit Gründen, soweit das möglich ist. Erst Jahrhunderte später haben die Kirchenväter, die griechische Bildung hatten, diesen Gedanken wieder aufgenommen und die christliche, theologische Seelsorge daraus gemacht, die im Laufe der Jahrhunderte dann einen etwas anderen Sinn bekommen hat und so sich in die Geschichte eingeschrieben hat. Seit ein paar Jahrzehnten wird die ursprüngliche Seelsorge wiederentdeckt, auch in der Theologie und findet nun auf etwas andere Weise statt. Man könnte es auch Lebenshilfe nennen. Sokrates selbst hat es Geburtshilfe genannt. Sokrates hatte eine Mutter, die Hebamme war. Und das war vielleicht für ihn der Grund, selbst eine Art von Geburtshilfe zu betreiben. Majoitike, Geburtshilfe. Nur dass er eben keine Kinder zur Welt bringen konnte, sondern Gedanken. Das ist das Erstaunliche in einem Gespräch. Auch muss nicht mit einem Philosophen zu tun haben. Wenn Menschen ein bisschen intensiver miteinander sprechen, werden Gedanken geboren. Menschen kommen auf Gedanken in Gesprächen. Ich auch. Ich verdanke diesen Gesprächen unendlich viel. Ich bin auf Gedanken gekommen, die ich ohne diese Gespräche niemals gehabt hätte, vermute ich. Und diese Gespräche regen das Denken von Menschen an. Sie können zur Sprache bringen, was ihnen durch den Kopf geht. Wollten manchmal nur, dass ich prüfe, ob das komisch ist, was sie denken, oder ob das schon mal gedacht worden ist. Ob das was Neues ist oder nicht. Ob das hilfreich sein könnte, so zu denken oder nicht. Manchmal hieß es, das habe ich mir selbst schon so gedacht, ich konnte es nur nicht so gut formulieren, wie sie das jetzt formuliert haben. Das Implizite explizit zu machen. Das, was nicht formuliert worden ist bisher, in Formulierungen zu bringen, ist eine der Aufgaben der Philosophie. Natürlich haben viele Gedanken, die Menschen in der Situation des Krankenhauses haben, mit Lebensproblemen zu tun. Und es könnte naheliegend sein, zu sagen, gut, da ist ein Lebensproblem, dann wollen wir mal über Lösungen nachdenken. Aber es verhält sich nicht ganz so einfach, wie ich bemerkt habe. Probleme scheinen für das Leben Bedeutung zu haben. Das ist vielleicht ein erster Punkt, wo wir drangehen können, etwas vom Leben zu verstehen. Probleme haben Bedeutung fürs Leben. Woran könnten wir das ablesen? Es scheint mir so zu sein, dass manche Menschen, die keine Probleme haben, sich anstrengen, um sich welche zu schaffen. Das ist auffällig. Also haben Probleme wohl Bedeutung fürs Leben. Dann kann man feststellen oder bemerken, dass Menschen oft hartnäckig an ihren Problemen festhalten. Dachte, es geht um Lösungen. Aber wenn gar keine Lösung gewünscht ist, hat das Problem für sich wohl dieses Problem eine Bedeutung. Es wird festgehalten, also bietet es womöglich Halt im Leben. Ich kann mich festhalten an diesem Problem in einem Leben, das ansonsten droht, aus den Fugen zu gehen. Da ist mir besonders in Erinnerung die Geschichte einer älteren Dame, die meinte, ihr Problem sei es, kein Hobby mehr zu haben. Na, das ist ja wohl leicht lösbar. Wenn man kein Hobby mehr hat, sucht man sich ein Hobby. Und wenn es nicht das alte ist, dann halt ein neues und dann hat man wieder ein Hobby. Was war denn ihr Hobby, fragte ich sie. Und ihre Antwort war, mein Hobby war mein Mann. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Mein Hobby ist mein Mann. Könnte ich mir vorstellen, könnte meine Frau vielleicht auch mal sagen. Und selbstverständlich umgekehrt, seither bin ich überzeugt davon, meine Frau ist mein Hobby. Aber jetzt war ihr Mann gestorben und sie hatte kein Hobby mehr. Ich dachte, das Problem kann man trotzdem leicht lösen, weil es gibt Möglichkeiten, zu bestimmten Ereignissen zu gehen. Zum Beispiel öffentliche Vorlesungen machen alle Universitäten mittlerweile für ältere Menschen. Dann setzt man sich in so eine Vorstellung und versteht nicht alles, fragt hinterher andere Teilnehmer, vielleicht könnten wir noch einen Kaffee trinken gehen und vielleicht könnten sie mir erklären, was da gemeint war. Und zack, ist schon ein neues Hobby da. Aber das wollte die ältere Dame nicht. Auch meinen anderen Vorschlägen, wie sie zu einem neuen Hobby, Mann kommen könnte, mochte sie nicht. Und da verstand ich und sagte ihr das auch, ich glaube, sie wollen gar kein neues Hobby. Weil das für sie jetzt ihr Leben ist. Und das hat sie bestätigt. Das war eine Entlastung für sie. Leider nicht für mich, weil fortan erklärte sie die Gespräche mit mir zu ihrem Hobby und kam jedes Mal von Neuem, wenn ich im Krankenhaus war. Was viele Menschen suchen, ist das Gespräch über das Leben. Nennen wir das Lebensgespräche. Menschen brauchen diese Gespräche. Das war mir vorher nicht klar. Mittlerweile ist mir das klar, dass das bei Weitem nicht nur im Krankenhaus gilt, sondern das ist konstitutiv für das Leben. Wir verstehen das Leben besser, wenn wir verstehen, dass Menschen über ihr Leben sprechen wollen, von ihrem Leben erzählen wollen. Ein kleines Problem besteht darin, dass zu wenige Menschen zuhören wollen und zu viele erzählen wollen. Aber wir könnten ja eine Win-Win-Situation schaffen und könnten ungefähr so viel zuhören, wie wir auch erzählen. Also halbe, halbe. Dem anderen oder der anderen frühzeitig signalisieren, ich höre dir gerne bis Ultimo zu. Und es wäre schön, wenn wir uns dann auch mal wieder treffen könnten, ich hätte auch noch was zu erzählen. Was ist denn das Besondere beim Leben, über das Leben sprechen? Es kommt etwas, was drin ist, kommt raus, findet Ausdruck, bleibt nicht mehr drin, in mir verschlossen, wo es möglicherweise ungut herumwirbelt. Wenn wir überrascht sind, weil die Lichter ausgehen und wir trotzdem weitererzählen können, wir erzählen gerne über das Leben, weil, während wir erzählen, ein roter Faden in unserem Leben entsteht, den es vorher so nicht gab. Da lagen einzelne Ereignisse im Leben herum, da machten wir verschiedene Erfahrungen, da hatten wir unsere Gedanken, aber wie hängt das alles zusammen? Wenn wir das einem anderen Menschen erzählen, entsteht automatisch ein roter Faden und das tut uns gut, einen roten Faden im Leben zu haben. Das vermittelt uns den Eindruck, dieses Leben hat doch einen Sinn. Vielleicht ist es sogar etwas Besonderes, dieses Leben. Mir haben manche Menschen gesagt, was soll ich Ihnen erzählen, ich habe ja gar kein besonderes Leben. Ja, das sieht aus der Perspektive des einzelnen Menschen oft so aus, aber für jeden anderen Menschen ist das ein sehr spannendes Leben, denn es ist nicht das eigene Leben und ich erfahre auf die Weise, Leben kann auch ganz anders gelebt werden. Das ist eine Bereicherung des Lebens. Lebensgespräche bereichern unser eigenes Leben und wir bereichern mit unseren Erzählungen wiederum andere Menschen. Was kann ein Philosoph nun in diesen Gesprächen tun, außer zuzuhören, sehr viel zuzuhören? Aber natürlich wollen die Menschen gerne auch einen Impuls haben, speziell von einem Philosophen. Etwas, was eigentümlich ist für Philosophie, ist die Klärung von Begriffen. Das klingt vielleicht unverständlich oder merkwürdig, aber wir verwenden im Leben, in Gesprächen pausenlos Begriffe, über die wir häufig gar nicht groß nachgedacht haben. Zum Beispiel den Begriff Leben. Was ist Leben? Das können wir nicht endgültig sagen, aber sicher ist, wenn wir den Ausdruck Leben benutzen, dann meinen wir etwas damit, über das wir uns häufig gar nicht klar sind. Erstmal kann man sagen, Leben ist nur ein Wort, das bedeutet nichts Besonderes. Wir könnten auch x stattdessen sagen. Bedeutung bekommt das Wort Leben erst durch das, was wir meinen, wenn wir Leben sagen. Und dadurch wird es zum Begriff. Das ist der Übergang vom Wort zum Begriff. Das ist deswegen schwierig, weil man sieht ja nichts. Das Wort Leben bleibt einfach dasselbe, aber etwas schwingt mit. Was denn? Erfahrungen schwingen mit, die wir gemacht haben. Enttäuschungen schwingen mit, die wir erlebt haben. Hoffnungen schwingen mit. Vorstellungen, Fantasien, was das Leben sein sollte, sein könnte, was es aber leider doch ist. Alles das, was für keine zwei Menschen exakt dasselbe ist, das schwingt mit. Und wenn wir uns unterhalten im Lebensgespräch über den Begriff Leben, was verstehen sie unter Leben, dann kommt zum Vorschein diese Enttäuschung, diese Hoffnung. Ich hoffe auf einen bestimmten Menschen, der einfach nicht kommen mag. oder diese wunderschöne Erfahrung. Ich habe Kinder und es ist so wunderschön, wie die heranwachsen und so weiter und so fort. Etwas kommt zum Vorschein in jedem Gespräch bei jedem Menschen, was er oder sie oder divers unter Leben versteht. Das Leben verstehen. Das hat sehr viel mit dem Begriff Leben zu tun, den wir besser verstehen, wenn wir ihm genauer nachgehen. Was in den Begriff Leben einfließt, ist aber nicht nur individuell, sondern das ist auch kulturell. Wenn wir ins Leben hineinwachsen, in eine Welt hineinwachsen, dann nehmen wir unweigerlich auf, was die Menschen um uns herum denken, fühlen, wertschätzen, abschätzen, hochschätzen, wovon sie träumen, welche Fantasien sie haben, welche Überzeugungen sie haben. Und so kommt es, dass wir heute in einer Zeit und in einer Kultur leben, die äußerst positive Vorstellungen vom Leben hat. Leben soll gelingen. Es soll ein gutes Leben sein. Es soll ein glückliches Leben sein. Es soll alles positiv sein in diesem Leben. Im Grunde wäre nicht viel dagegen zu sagen. Natürlich soll das Leben froh machen, Freude bringen, Glück bringen, positive Seiten uns mitteilen. Es ist nicht viel dagegen zu sagen, außer dass das Leben so nicht ist. Und zwar nicht deswegen, weil ein Philosoph das sagt, sondern weil das die Erfahrungen zeigen. Insofern bloß nicht dem Philosophen glauben, nur den Erfahrungen glauben. Und ich glaube, da erkennen alle die Erfahrung, dass es Freude gibt im Leben, hoffentlich nicht wenig. Aber alle, ausnahmslos alle Menschen wissen, dass es auch Ärger gibt im Leben. Und leider für viele nicht so knapp. Ärger kennen wir fast jeden Tag. Ärger zu Hause, in der Beziehung, Ärger mit den Kindern, Ärger der Kinder natürlich mit den Eltern, Ärger an der Schule, Ärger im Betrieb. Wäre schade, wenn es ein Leben voller Ärger ist. So soll das Leben nicht sein, vor allem nicht das Beziehungsleben. Aber Ärger ausschalten, ich kenne keinen Menschen, dem das gelungen ist. Das ist ärgerlich. Aber es ist weniger ärgerlich, wenn wir das voraussetzen. Wenn wir sagen, Leben besteht aus Freude und Ärger. Das Problem ist nur, das hören wir heute von niemandem. Leben soll immer freudig sein. Leben soll immer gelingen. Ja, schön wär's. Und es gelingt ja möglicherweise so manches. Heute Morgen ist es mir gelungen, mein Müsli unfallfrei aus der Küche an den Esstisch zu tragen. Gut, ich will es nicht lächerlich machen, aber es kommen schon im Kleinen so manche Misslingenserfahrungen vor. Auch Beziehungen können misslingen. Ein berufliches Engagement kann misslingen. Leider kann das Leben insgesamt auch misslingen. Nirgendwo steht geschrieben, dass immer alles nur gelingen muss. Und wenn wir mal zurück denken, wo schon mal was misslungen ist in unserem Leben, konnten wir dann nicht auch was daraus machen, etwas daraus lernen, uns etwas neu orientieren im Leben, eine wertvolle Lebenserfahrung mitnehmen. Also ganz ohne Sinn muss auch das Misslingen nicht sein. Und so könnte man fortfahren und fortfahren. Natürlich soll das Leben gesund sein. Alle mögen gerne gesund sein, ich aber können wir Krankheit ausschließen? Unsere Zeit versucht das, Krankheit auszuschließen, nichts Negatives an sich heranzulassen. Ja, es grassiert sogar der Gedanke, wenn wir nichts Negatives denken, können wir auch nicht krank werden. Kommt auf den Versuch an. Ich bin da sehr skeptisch. Natürlich können wir mit Vorsorge und Vorsicht Krankheit und Unglücksfälle weniger wahrscheinlich machen, aber ausschalten. Im Krankenhaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die allzu Positives vom Leben erwartet haben, dass es gelingt, dass es rein immer glücklich ist, immer nur gut ist, dass die Menschen die größten Schwierigkeiten hatten, mit einer Krankheit oder einem Unglücksfall zurecht zu kommen. Das ist ungefähr so, wenn wir die Latte ganz hoch legen, dann kommen wir ja letzten Endes nicht mehr drüber. Also die Latte der Erwartungen an das Leben ganz hoch legen. Es wäre doch eine Idee, die Latte der Erwartungen an das Leben abzusenken. Nicht auf Null. Wir dürfen sehr wohl Erwartungen an das Leben haben und vor allem auch für die Einlösung selber etwas tun, aber so, dass wir letzten Endes diese Erwartungen auch erfüllen können, so weit es an uns liegt, denn das gehört auch zum Leben. Was wir wollen, was wir tun und was wir gestalten, das ist einiges und in moderner Zeit sogar sehr viel, aber nicht alles. Wir können Pläne machen, wir können Vorsorge betreiben, und dann kommt aus heiterem Himmel eine Pandemie und stellt uns vor große Herausforderungen. Es kann blanker Zufall sein und das wird immer vermute ich im Leben so sein, der blanke Zufall kann unsere Pläne zunichte machen. Wir können also nicht absolut über unser Leben bestimmen. Relativ ja in unterschiedlichem Maße aber sicher nie absolut. Das ist jetzt ein möglicher Schritt, das Leben zu verstehen. Wir müssen, glaube ich, annehmen, dass das Leben polar organisiert ist, ohne dass wir das ändern könnten. Dass es zu allem, was es positiv gibt, auch noch das negative Gegenstück gibt, eben Freude und Ärger, Gesundheit und Krankheit, Lust und Schmerz, Erfolg und Misserfolg. Dass das die Polarität des Lebens ist, mit der wir besser leben können, wenn wir das von vornherein annehmen und soweit uns das möglich ist, zu akzeptieren. Es fällt sehr schwer, zu akzeptieren, wenn es um ernsthafte Krankheit geht. Und doch bleibt möglicherweise keine andere Wahl. Natürlich sollen wir immer, wo immer wir können, intervenieren und alles versuchen und alles probieren. Aber es kann der Punkt kommen, wo wir nur noch akzeptieren können. um nicht alle Kräfte zu vergeuden damit anzugehen gegen das, wogegen wir letztendlich nicht ankommen können. Polarität des Lebens also als etwas, was wir am Leben und im Leben verstehen können. Und noch was anderes habe ich im Krankenhaus gelernt, was wir am Leben verstehen können, nämlich das Leben immer perspektivisch ist. dass jeder von uns alle Dinge, alle Menschen immer mit einer bestimmten Perspektive sieht, niemals in der Totalität. Wir haben niemals den vollen 360 Grad Rundumblick. Ja, wir können uns umdrehen und dann können wir mehr sehen, aber dazu müssten wir uns halt erst mal umdrehen. und ja, wir können uns auch mit anderen Menschen unterhalten, die eine andere Perspektive haben und damit erweitern wir unsere Perspektive. Ich habe es im Krankenhaus bemerkt, weil ich auch durch das Haus gehen konnte und an den verschiedensten Stellen ein klein wenig mitarbeiten konnte und machte dabei die Erfahrung, dass eine Abteilung über die andere Abteilung gelästert hat. Grundsätzlich ist das gut, ein bisschen zu lästern übereinander, aber es schwingt dann schon auch Unverständnis mit. Also warum kann das Labor den Befund nicht in einer Stunde liefern? Wozu haben wir denn ein Labor? Ein paar Stunden mitarbeiten im Labor und dann ist ganz schnell klar, wo die Probleme dort liegen. Keineswegs in der Faulheit der Mitarbeiter, sondern in purer Überlastung, weil es halt noch ein paar mehr Anforderungen gibt, außer der, die gerade eben von dieser Abteilung kam. Gute Idee also, falls wir in einer Firma arbeiten, einfach mal fragen, die Kollegen, darf ich mal ein paar Stunden zu euch kommen? Das endlich mal jemand sieht, welche Arbeit wir hier machen, das sieht doch normalerweise keiner. Auch ich als Philosoph beklage mich darüber. Sieht ja keiner, was ein Philosoph arbeitet, hat ein bisschen Papier und hält mal einen Vortrag, sonst sieht man nichts. Das ist die Misslichkeit beim Philosophen, der hat keinen Hammer in der Hand, der macht keine Operation und so weiter. Und doch glühen in ihm die Drähte, die man nach außen nicht sieht und er kämpft, damit etwas besser zu verstehen, in Formulierungen zu bringen und dann nach Möglichkeit es anderen Menschen nahe zu bringen, was er sich gedacht hat und idealerweise auch noch Antworten dazu zu bekommen. Hier, Herr Philosoph, haben Sie es endgültig zu verstehen. Auch ein Philosoph kann das Leben nicht endgültig verstehen. Deswegen die Bedeutung des Gesprächs und vor allem des Lebensgesprächs. Wir lernen ein anderes Leben kennen, eine andere Denkweise, eine andere Sichtweise und etwas davon prägt sich uns ein und das tragen wir fortan mit uns herum. Wir werden sensibler für die Probleme eines Landes, wenn wir in diesem Land schon mal waren und nach Möglichkeit Menschen dort kennengelernt haben. Ich war selber tätig als Gastdozent in kleinen Ländern wie Lettland und Georgien. Das war Absicht, denn ich wollte mehr Sensibilität bekommen für die Bedürfnisse dieser kleinen Länder, die in dem großen Europa möglicherweise ansonsten nicht verstanden werden und deren Stimme nicht gehört wird. Das Leben verstehen heißt aber aufmerksam zu sein auf einige Zusammenhänge und Dinge, die wir beobachten können. Ich habe zum Beispiel beobachtet, was Menschen in schwierigen Situationen helfen kann. Denn gerade schwierige Situationen brauchen die Energie eines Menschen und gerade in schwierigen Situationen in Krankheit fehlt es sehr an Energie. Das können sich Gesunde oft nicht so gut vorstellen, die aus der Fülle ihrer Energie herausleben und schöpfen können, dass es mit dieser Energie mal sehr schwach sein kann. Wo kommt dann Energie her? In der Situation habe ich Menschen gerne gefragt im Krankenhaus Gibt es etwas Schönes in ihrem Leben? Und die Antwort war häufig Nein, in meinem Leben gibt es nichts Schönes. Und ich habe gefragt, dürfen wir mal gemeinsam auf die Suche gehen? Denn es gibt so viel Schönes, dass es verwunderlich wäre, wenn da nicht etwas dabei wäre für diesen Menschen. Was kann alles schön sein? Eine Freundschaft kann schön sein. Eine Liebe, die Familie, die Kinder, schöne Momente, Anblicke, ein Gesicht anzublicken, ein Gemälde anzuschauen. Bestimmte Tätigkeiten, Hobbys, auch wenn es nicht der Mann und nicht die Frau ist. Lüste des Essens, des Trinkens, der Aphrodisia, Gespräche, Gespräche mit bestimmten Menschen, wissen wir aus Erfahrung, die können teilweise so schön sein. Gedanken, die wir zum Beispiel in Büchern lesen können, manchmal in Vorträgen hören können. All das kann schön sein für einen Menschen, wenn nicht vielleicht sogar das Leben selbst. Bin auf die Suche gegangen und ausnahmslos immer haben wir etwas gefunden, was der Mensch selbst nicht im Blick hatte, weil wir uns die Frage normalerweise gar nicht stellen, was ist schön für mich? Es ist aber eine gute Frage, denn aus Schönem und wenn es nur für einen Moment ist, ein Anblick, aus Schönem kann so viel Energie resultieren, dass wir die nächste Stunde jetzt doch wieder schaffen, den nächsten Tag, die ganze Woche und entweder wieder auf die Beine kommen oder für die Zeit die uns noch bleibt ein schönes Leben führen können. All das spielt eine Rolle in diesen Gesprächen, diesen Lebensgesprächen, natürlich auch letzten Endes die Frage des Umgangs mit dem Tod. Tod macht uns modernen Menschen fast ausnahmslos Schwierigkeiten, größte Schwierigkeiten, mich nicht ausgenommen. Moderne Menschen sind unversöhnt mit dem Tod. Gab es jemals eine Zeit, da Menschen versöhnt waren mit dem Tod? Ja, möchte sagen, das ganze Mittelalter hindurch, weil das Leben teilweise so schrecklich war in diesen Jahrhunderten, ständig bedroht von Not, Tod, Hunger, Elend, Armut, frühzeitig im Tod von vielen Frauen bei der Geburt. Ein solches Leben fand seine Erlösung oft im Tod. Und so haben Menschen das wahrgenommen. Wir moderne Menschen nicht. Wir erhoffen uns nicht nur die Impfung gegen ein Virus, wir erhoffen uns auch die Impfung gegen die Krankheit Tod. Und was wäre, wenn es sie gäbe? Die Wissenschaft wird nicht ruhen. Und die Pharmazie. Was wäre, wenn das Leben nicht mehr endet, hundert Jahre nicht, tausend Jahre nicht, zehntausend Jahre nicht, ist das dann noch ein Leben? Ich weiß es nicht, könnte mir aber vorstellen, dass Leben sehr, sehr langweilig wird, wenn es so lange wehrt, dass so viel Neues gar nicht mehr erlebt werden kann, das Leben seine Spannung und seine Einmaligkeit daraus gewinnt, dass es eine zeitliche Grenze hat, dass wir uns irgendwann bewusst werden dieser zeitlichen Grenze, wir leben jahrzehntelang im Bewusstsein unsterblich zu sein, obwohl wir theoretisch wissen, das ist nur Theorie, aber wir nehmen es anders wahr, so ab 50, 60 bei vielen Menschen jedenfalls ändert sich das, dann wird klar, da ist eine zeitliche Grenze und von Stunden an wird das Leben sehr, sehr wertvoll. Wir behandeln endlich das Leben als Gold und nicht mehr als Kieselstein und schieben nicht mehr endlos auf, was wir eigentlich in diesem Leben noch machen wollten. Wir verdanken dem Tod das Leben und wahrscheinlich ist dafür eine gewisse zeitliche Begrenzung sinnvoll. Ich wäre aber auch nicht ungehalten, wenn es eine Möglichkeit gäbe, vielleicht sagen wir mal, auf bescheidene 500 Jahre das Leben auszudehnen, dann hätte ich die Gelegenheit, noch all die Bücher zu schreiben, die mir im Kopf sind und wäre gerne so lange mit den liebsten Menschen noch zusammen. Das war der Inhalt von diesen Gesprächen, die ich am Krankenhaus geführt habe, Lebensgespräche. Im Grunde können wir Lebensgespräche auch außerhalb des Krankenhauses führen. Ich führe sie gerne, seither. Und im Krankenhaus hatten sie offenkundig für so viele Menschen Bedeutung, dass ich mir im Laufe der Zeit nicht mehr die Frage gestellt habe, was soll ein Philosoph am Krankenhaus, sondern die Frage gestellt habe, wie kommen eigentlich die vielen Krankenhäuser ohne Philosophen aus? Abseits von Krise und Krankheit können gedankliche Anregungen dabei helfen, das Leben besser zu verstehen, wie gesagt, nicht absolut und nicht endgültig, aber relativ zu verstehen, so, dass ein Mensch für sich den Eindruck hat, jetzt weiß ich wieder, wo es für mich lang geht, jetzt habe ich wieder eine Orientierung, jetzt bekomme ich wieder die Energie, um in mein Leben zurückzugehen. das Leben zu verstehen ist ein offener, unabschließbarer Prozess, der wahrscheinlich dazu beiträgt, dass das Leben dauerhaft spannend bleibt. Wichtig wäre mir jetzt nur zum Abschluss, wenn diese Gedanken nun geistige Nahrung für Sie sein könnten. Herzlichen Dank.